Und mit jetzt ist Axel Wölmsch, Ronny Großer, Elke Kutze, Wirf Uso, und Christine Schensch. Beim Leining Starboard Der nächste beste deutsche Tanzlehrer ist Axel Bönnsch. Das ist ein Glückwunsch. Das ist ein Glückwunsch. Ja, gestern Abend haben wir uns kurz gesehen, unten bei der Party, und da wurde mir vorgestellt, dass wir uns noch gar nicht kannten. Und da sagte er, naja, ich glaub ja gar nicht dran, morgen Abend da oben zu stehen. Und ich sag, keiner weiß es, und naja, jetzt muss er dann glauben. Wir wünschen. Applaus Als er wünschte er 1999 mit dem Leininger und machte sein Hobby zum Beruf, meinte er in Open Dance-Kursen, jenseits von Vereinen, zieht er zahlreiche Leiterzahlen. Er macht seit 2003 Kurse in freien Gruppen, in Senioren- und Trainings- und Schulungs-AGs und bildet sich natürlich auch regelmäßig weiter. Und sein Vorbild ist Rob Fowler. Und ich glaube, das, was er bis jetzt gemacht hat, hat ihn so weit gebracht, dass er heute Abend hier als würdiger, bester deutscher Tanzlehrer spielt. Ja, vielen Dank. Ich habe wirklich nicht dran gedacht, hier oben zu stehen. Komm und... Ja, also ich sag mal so, dass du mich jetzt so freust, das habe ich ja gestern schon geglaubt, dass du so freust, aber solltest du nicht eigentlich erstmal den Award mitnehmen? Darina hat gesagt, du bist ein, und die Dörte gibt dir jetzt dein Award. Applaus Ja, vielen Dank. Was soll ich sagen eigentlich? Jetzt hat er mir eine Rede ausgedacht, aber ich hab's nicht vernünftig gelernt, weil ich dachte, das hab ich nicht gesagt. Ja, es müssen wirklich sehr viele gewählt haben, denn eigentlich wollte ich ja gar nicht her. Und plötzlich hieß es ja, du bist vorgeschlagen worden, und jetzt musst du da hin. Ja, in Ordnung, aber dass es so viele Menschen und Tänzer gab, die mich noch gewählt haben, kann ich eigentlich nur sagen, Danke an alle meine Schüler, Tänzerinnen und Tänzer, und auch Freunde und Bekannte haben mich dann wohl gebotet. Ja, werden sie machen, das steht ja nicht hier. Kann ich nur sagen Danke. Und jetzt, dass ich doch gewogen bin, da fühle ich mich doch wirklich sehr glücklich, und möchte ihnen Danke sagen dafür, dass sie das getan haben. Möchte aber auch dem Living Line Dance Danke sagen, dass sie so ein schönes Event hier veranstaltet haben. Ich bin wirklich sehr, sehr angenehm überrascht gewesen, als ich hierher gekommen bin. Und ja, meiner Frau Martina auch nochmal einen herzlichen Dank, denn wenn ich abends eher spät nach Hause komme, manchmal sehr spät, ist sie schon daheim und wartet. Und das ist nun fast in sechs Tagen in der Woche der Fall. Und naja, an dieser Stelle einfach mal sagen, Dankeschön hat sie dir. Vielen Dank, einen großen Applaus. Vielen Dank, einen großen Applaus. Vielen Dank. Also zu langsam merke ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.